Hallo ihr Lieben, Soda, nächstes Haul, was habe ich hier gekauft, ich hoffe das ist das wo ich jetzt schon länger drauf gewartet habe, aber es war auf jeden Fall günstiger als wenn ich das gleiche bei Amazon gekauft, ich glaube sogar fast 20€ günstiger, wenn das das ist auf das ich gewartet habe, schauen wir mal ob es das ist, wir werden das gleich sehen was da drinnen ist nach dem Intro, oben Infobox, unten Beschreibung, Links abchecken, bis gleich. Wir schauen rein, ja, ist er, da ist er ja, da wolle ich, einen Wolle habe ich ja schon gebaut, und das ist jetzt der modifizierte Wolli, der fernsteuerbare Wolli, wenn man denkt, ich habe gedacht, ich hole mir den auch noch, weil ich ja Wolli Fan bin, man kann hier auch andere Modelle bauen, aber ich bleibe natürlich beim Wolli. Da bin ich gespannt drauf, auf das, auf das freue ich mich auf jeden Fall, da schaue ich gleich rein, da schaue ich jetzt gleich rein, eben wissen, ob eine Bauanleitung dabei ist, oder wie auch immer, also jetzt habe ich es auf beiden Seiten abgelehnt, und man denkt, das ist so ein Deckel, was man aufmachen kann, eh, nein, ja, Bauanleitung, ein bisschen verschnudelt, Etiketten, Bewe, also Pickerl, sind auch dabei, naja, naja, komische Qualität, der Pickerl, Schauen wir mal, ein komplettes Technik-Set natürlich, aber es schaut nicht so schlecht aus, ich will schauen, ob es das online auch gibt, dass ich es größer machen kann, weil es ist schon klein, das sehe ich ja fast nicht. Aha, und dahinter sind dann die anderen Modelle, nein, das ist der Unterteil, ok. Und wahrscheinlich sind da dann mehrere Bauanleitungen drinnen, oder? Nein, da ist er ja, aha, da ist er ja, ah ok, ja, ein Dinosaurier, oder was das ist. Achso, der Antrieb ist eh gleich, aber der Aufbau ist dann ein bisschen anders. Ja, da bin ich gespannt drauf, da bin ich gespannt drauf. Gefällt mir, gefällt mir, super, da bin ich schon gespannt auf den Bau. So, so schaut das aus. Keine Ahnung, was das für eine Firma ist, kenne ich nicht. Ist aber egal, was auch Spiegeln tut, das ist so eine glatte Verpackung. Aber, gefällt mir, gefällt mir, ok, das war's wieder, ein rasches, schnelles Haul. Ich hoffe es hat euch gefallen, wenn es euch gefallen hat, dann schreibt mir einfach einen Kommentar, haut es auf die Glocke, dann verpasst ihr nichts mehr, gebt mir ein Like, würde mich freuen. Und unten in der Beschreibung Links abchecken, oben könnt ihr mich abonnieren und da gibt's zwei geile Videos. Bis zum nächsten Mal, tschüss, pfiat euch, baba, es war meine Ehre, habe die Ehre. Bis zum nächsten Mal, tschüss.